Hallo, wir sind Kallalu aus dem Orkohaus in Berlin und machen Groove-Ska. Das ist der Philipp am Bass, der Hannes an der Gitarre, Paul am Gesang und Dickel, der Hannes am Schlagzeug. Wir haben damals in der 7. Klasse in der Schule so einen Band-Workshop mitgemacht und haben beschlossen, wir machen Musik. Und dann hat sich das so langsam gefunden, wir beide hatten vorher noch eine Band mit einem anderen Gitarristen und dann ist er dazugestoßen. Und dann Paul, der Rudelkassenkumpel, Philipp. Ja, aber ich hatte vorher auch schon Projekte gemacht, ich hatte auch schon zwei Bands vor. Und dann hat sich das einfach zusammengefunden. Mit dein Weihnachtspieler? Neinhalb Jahren zusammen. Ja. Ja, wir machen Groove-Ska als so ein Mischung aus Rock, Ska, Funk. Reggie, dieser schöne Bumpa-Bumpa-Ska, das war uns einfach nichts. Frank-Kai-Molke, ne? Genau, kreuzen wir Ska mit Frank. Warum nicht? Wir machen die Mucke, wir drei und er den Text. Ja. Ne, die Sache, kann ich sagen. Wo nimmst du die Inspiration oder den Text? Ich denke mal, wie jeder Sänger das auch macht aus dem Alltagsleben. Und natürlich inspiriert mich die Musik, die du machen. Die denken sich das instrumental aus und dann nehme ich das Gefühl auf, was sie verbreiten und ich mache das in den Lütz. Und dann habe ich nur so gut sein, ob du das und dann auch in die Lütz warst. So, wie ist das hier? Ja, dieser erste Klub, den ich damals besucht habe in Rittlsheim, der Gebotsdagsclub und die Party, die hieß so irgendwie, Colorado Party oder so. Und da war ich drei Tage nachdem ich 15 geworden bin, irgendwie da reingeschmuggelt, frag nicht wie und ob man anhand dessen irgendwie... Das ist auch ein cooler Name. Das ist ein Jamaikanischer-Spieler. Ja, das ist kein Gangler oder so. Einfach mal essen. Ja, wir wollten uns eigentlich gerade so ein bisschen umstrukturieren und den zweiten Gitarristen ranholen. Und jetzt sind wir hier reingerutscht und mal gucken, was kommt. Also das nicht alles noch hinzukommen. Bei Hardwing habe ich das auf jeden Fall in vier Spielen im Open-Air am besten. Bis zum nächsten Mal.